Guten Tag, ist dir vielleicht zufällig irgendwo ein Herr Gendarm? Darm? Ich glaub, der Kerl spinnt. Vorwärts, servieren! Und wenn das noch einmal passiert, dann passiert was. Nimm das Tablett, das ganze Trottel, vorwärts! Das ganze Tablet... Das auch noch! Wenn dir was herunterfällt, kriegst du zwei Watschen. Geh mal! Also los, ach geben! Was treibt denn der Kerl heute? Er trainiert. Für was? Wie man als Ober am leichtesten rausgeschmissen wird? Aber nein, für das Kellnerinnen heute Nachmittag. So ein Fixkerl. Bitte. Na bitte! Das kommt davon. Was kommt davon? Das Zuschauer von Franz, das kommt von der Liebe. Glauben Sie? Ich kenn ihn doch, also so hat er es ihm noch nie erwischt. Das ist die große Liebe seines Lebens. Sie gehen, Sie spekulieren! Die haben hier einen Sonnenstick, oder was? Schauen Sie mich auch schon, für die Eierspeisen. Bitte. Sehr witzig. Schuld war nur der Busser-Nova, der war schuld daran. Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Jane.